Okay, ich geb's zu. Es ist vielleicht möglich, dass jetzt nicht so viele Videos kamen in letzter Zeit, aber... Nur weil ich's also so alleine finde. Hoffen wir mal, dass die... Hoffen wir mal, dass die nicht so langweilig sind wie sonst. Also was ich damit meine ist halt, dass gar nichts passiert und nur langweilige Characters sind. Tatsächlich mach ich nur ein Video. Wegen der hier in der Mitte. Erstens gibt's Admiral Hipper. Zwei. Danach. Juckt kein. Und... Huhuhuhu. Wer ist denn das? Äh, ja. Niemand. Schon attraktiveren. Und deswegen mach ich die ganze Kacke hier. Ich würd einfach mal sagen, wir legen los, ne? Also, so wie man mich kennt, kann ich schon mal predikten, dass ich alle bekomme, die Rare sind, weil ich krieg immer alle. Außer die, weil ich krieg nie die, die ich auch will. Aber die schon. Äh, deswegen legen wir mal los und gucken mal, was passiert, ne? Also, ich hoffe mal auf was Gutes, ne? Ich skip die Scheiße. Hatte ich nicht, aber... Nicht das, was ich will. Nicht das, was man will. Ich seh schon, ich werd alle Cubes ausgeben müssen. Ich will einfach nur... Okay. Dann gib mir halt... Gib mir halt legit einfach gar nix. So nicht mal irgendjemand so lila oder so. Aber legit einfach gar nix. Ich hätte eigentlich, ähm... Ein bisschen mehr Cubes sparen sollen, aber beim letzten Event habe ich aus irgendeinem Grund... Äh, ein bisschen viel Cubes ausgegeben, muss ich sagen. So. Die hat ich auch nicht. Habe ich irgendwie keine Chips oder was auf einmal? Was, das war eigentlich auch nicht. Ich bin der Kurskanzler, Kirishima. Der Kurskanzler. Der Kurskanzler, der Kurskanzler, der Kurskanzler. Oh, die Stimme ist geil. Ich bin der Kurskanzler, der Kurskanzler. Warte mal. Ich bin der Kurskanzler, der Kurskanzler. Ich bin der Kurskanzler. Ich bin der Kurskanzler. Ähm, versuchen wir noch, Admiral Hipper zu bekommen? Ich habe nicht mehr so viele Cubes eigentlich. Ist es worth it? Also ich meine, ich habe ja Admiral Hipper und Admiral Hipper Me. Also... Warum nicht alle drei, ne? Alle guten Dinge sind drei, ne? Das ist... Obwohl das mein letzter Pull ist. Ich will nur die. Dies will ich nicht. Die will ich auch nicht. Was gibt die Scheiße denn jetzt? Ja, schön und gut. Ach, du Scheiße. Okay. Wir machen es so. Ich gebe alle Cubes aus. Aua. Aua. Komm. Hipper. 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 Das ist nicht Hipper. Gucken wir uns aber an, was die so sagt, ne? Oha. Kein Live-To-D. Was ist das denn für Skins eigentlich? Die muss doch ein Skin haben, Live-To-D. Ist das hier Live-To-D? Die ist kein Live-To-D. Hä? Ich check's nicht. Ich glaube, ich bin blöd. Ich glaube, ich bin dumm. Kann das sein? Aber gucken wir mal. Gehen wir mal zuerst. Sehen wir ein bisschen holzum. Gehen wir mal ein Headpad. Okay, machen wir nicht mehr. Oh, Digga, wie detailed das ist. Oh, Digga, wie detailed das ist. Ah, da wirst du wirklich, ne? Okay, ähm. Ja, ich würde sagen, trotzdem, heute gab's ein Win. Ah, I disagree. Ähm. Ja, ich würde sagen, zusammen. Vielen Dank.